Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Heute geht es um die wichtigste Verbindung, die wichtigste Anbindung, die wir eingehen können. Die wichtigste Beziehung ist die zu uns selbst und die wichtigste Verbindung ist die zu unserem wahren Wesen, zu unserem Seelenwesen, zu unserer Seele. Und ich spüre, dass es heute an der Zeit ist, dass wir alle nochmal gemeinsam unsere Seelenverbindung stärken. Es ist so, dass wir letztendlich in unserer Uressenz die Seele sind. Die Seele wird immer Wege finden, mit uns in Kommunikation zu treten. Nur wenn wir die Impulse, die kleinen Impulse, die kleinen Hinweise nicht verstehen, dann werden sie immer lauter und unzanfter. Und so können sich zum Beispiel auch Krankheiten oder schlimme Lebenssituationen, auch Depression, Burnout irgendwann bemerkbar machen. Und das ist dann so ein lauter Schrei der Seele. Und wir brauchen in Zukunft aber nicht mehr diese lauten Brüller der Seele. Es reicht in Zukunft ein sanftes Flüstern. Es kann reichen, wenn wir uns bewusst machen, wer wir sind und wenn wir auf die Seele hören und nicht allein auf den Verstand. Und schaut mal, auch bei mir ist es so im Leben, dass ich immer noch manchmal Situationen habe, wo ich Unsicherheiten spüre. Wo mein Verstand versucht, eine Lösung zu finden. Und wo ich dann nicht mehr weiß, was soll ich denn jetzt machen. Weil auch wenn manche Situationen Angst in uns erzeugen, sind wir so trainiert zu denken, okay, es macht mir Angst, jetzt muss ich es machen, weil es mir ja Angst macht. Aber Angst ist nicht ein Impuls der Seele, sondern Angst kommt aus dem Verstand. Und natürlich dürfen wir auch unsere Ängste mal bezwingen und uns ihnen stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber gerade dann, wenn wir Antworten aus der Seele haben wollen und dann Angst bekommen als Antwort, dann ist es nicht aus der Seele, sondern es ist die Antwort aus dem Verstand. Denn die Seele spricht zu uns über intuitive Eingebungen, über sanfte Impulse, über Gefühlsimpulse, die aber keine Angst erzeugen oder auch keine Wut. Und alle Entscheidungen, die wir aus der Wut treffen, entstammen letztendlich aus dem Verstand. Auch wenn die Seele die Möglichkeit hat, diese niederen Gefühle zu kreieren, ist es immer noch die reinste Antwort, wenn wir einen Impuls aus der Seele bekommen, der einfach neutral kommt. Wo dann so die Antwort da ist, wo wir wissen, das ist jetzt richtig zu tun für uns, das ist der richtige Weg. Das fühlt sich auch gut an und das erzeugt keine Angst. Natürlich kann auch immer Angst mit dabei sein. Also es kann sein, ihr bekommt einen Impuls der Seele und wisst dann aus dem Gespür heraus, das ist richtig, heißt nicht, dass nicht später nochmal das Köpfchen sich einschaltet und dann Angst produziert. Das habe ich auch öfter. Da weiß ich so, ich mache das und dann kommt mein Kopf und sagt, bist du dir sicher? Und dann fange ich an nachzudenken und dann mache ich es doch nicht. Oder ich gerate ins Schwanken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit uns selber verbinden, um jetzt und in Zukunft mehr und mehr Antworten aus uns zu bekommen und uns selber Antworten und Lösungen geben zu können. Wir dürfen uns alle gegenseitig inspirieren und unterstützen. Aber ich finde, das Wichtigste und Beste ist es, mit der eigenen Seele verbunden zu sein, weil uns das in eine Unabhängigkeit bringt. Und diese Unabhängigkeit ist so wichtig für jeden Menschen, das Gefühl zu haben, ich habe letztendlich alles in mir. Ich habe alle Antworten in mir. Ich habe die innere Führung, die ich im Außen erfahren darf. Und ich führe mich selber. Und deswegen ist es ja auch immer Ziel meiner Coachings, den Menschen mit seiner Seele zu verbinden, weil er dann alle Antworten und Hilfestellungen in sich, aus sich bekommt. Und darum geht es im heutigen Video, dass wir so eine Art Meditation machen, wo wir uns, und ich sage bewusst wir, weil mir schadet es auch nicht, wo wir uns noch mehr und noch intensiver öffnen für unsere Seelenenergie, für unsere Seele, dass wir unserer Seele sagen, hey, ich höre zu. Und achtet da bitte auch in Zukunft nicht nur auf eure Gefühlsimpulse, sondern auch auf Lieder oder auf das, was andere Menschen zu euch sagen, weil auch das Hinweise sein können, die ihr bekommt, im Leben für euer Leben. Und deswegen achtet auch darauf, aber das könnten auch Hinweise von der geistigen Welt sein, das, was aus eurer Seele immer kommt, ist eben das Intuitive, das plötzlich so da ist, ja, oder auch manchmal in Träumen zu euch spricht. Aber öffnet euch da wirklich für mehrere Möglichkeiten und gleicht es dann immer mit eurem Gefühl ab. Also ich habe das manchmal auch so, dass ich im Auto sitze und dann kommt plötzlich ein Lied, was ich vielleicht auch noch nie gehört habe, und ich habe so den Impuls, Daniela, mach das lauter, da sind jetzt Antworten für dich drin. Also vertraut bitte auf eure Intuition und lasst euch dahin leiten, ja, was für euch eure Wahrheit ist, aber lasst euch eben leiten von eurer Seele und deswegen werden wir diese wichtige, die wichtigste Verbindung überhaupt, die zu uns selber, die werden wir jetzt stärken in und mit diesem Video und ich freue mich drauf. Und um das zu machen, müsst ihr gar nicht viel aktiv sein. Wichtig ist, dass ihr versucht, euren Verstand ruhen zu lassen, dass ihr es euch einfach bequem macht, ihr könnt sitzen, ihr könnt liegen, ihr könnt stehen, ihr könnt gehen, was auch immer euch gut tut, macht es euch bequem, entspannt euch, ihr müsst keine bestimmte Position einnehmen, keine Haltung, gar nichts. Macht es euch einfach bequem, dass ihr euch fallen lassen könnt. Genau. Und dann ist es wichtig, dass wir erstmal tief einatmen und ausatmen. Und ob du das durch den Mund oder die Nase tun möchtest, ist völlig egal. Nimm einfach intuitiv ein paar Atemzüge, so, dass es dir gut tut. Du darfst die Augen schließen, du darfst sie geöffnet halten. Es ist völlig egal. Wichtig ist, dass du dir erlaubst, dir ein paar Minuten Zeit zu nehmen, für dich, für deine Seele und für die Verbindung zu deiner Seele. Sei dir bewusst, dass du deine Seele niemals verlieren kannst, auch nicht die Verbindung zu ihr. Deine Seele ist immer bei dir. Es liegt an uns, aber noch intensiveren Kontakt mit ihr aufzunehmen. Wenn du zu diesem Video von deiner Seele geführt wurdest, ist es für dich jetzt an der Zeit, deinen Kontakt, deine Verbindung zu dir, zu deiner Seele noch mehr zu intensivieren. Und deswegen entspann dich, lass dich fallen, geh ins Vertrauen, geh in die Liebe, spür die Liebe deiner Seele. In deiner Essenz, in deiner Seelenessenz bist du pure Liebe. Du bist Freude, du bist Leichtigkeit. Du bist nicht schwer, du bist nicht verkopft, du bist leicht, du bist verspielt, du bist kreativ und du bist unglaublich liebevoll und du darfst dich nun jetzt und hier mit deiner Liebe verbinden, mit deiner Seele, mit deiner Leichtigkeit, mit deiner vollkommenen Schönheit. Jede Seele ist wunderschön und um noch mehr in die Liebe, in die Selbstliebe zu kommen, ist es enorm wichtig, dass du dich mit deiner Seele noch mehr verbindest. Nicht nur, dass du die Führung hast, sondern dass du auch deine Liebe spüren kannst. Also öffne dich für deine Liebe öffne dich für deine Seele. Stell es dir vor, wie sich in deinem Herzraum ein Spalt öffnet oder ein Fenster oder eine Tür oder einfach eine Öffnung, wo du plötzlich bemerkst, dass Licht herausströmt und Licht empfangen werden kann. Du spürst, wie sich dein Herz öffnet und wie pures Licht und Liebe herausströmt und du spürst dieses Licht, du spürst diese Liebe, du spürst dein Licht und deine Liebe und dieses Licht strahlst du in die Welt. beobachte, spür in dich hinein, was das mit dir macht, wie sich das anfühlt. Was ist das für ein Gefühl? Wie wunderschön ist das, seine eigene Liebe zu fühlen? Eine tiefe Entspannung darf sich ausbreiten in deinem ganzen Körper und ein ganz tiefer Frieden, denn du hast die Gewissheit und die Sicherheit, dass deine Seele immer, zu jeder Zeit, an deiner Seite ist. Du bist deine Seele und du bist vollkommene Liebe und Licht. Du bist vollkommene Schönheit und du hast zu jeder Zeit immer deine Antworten und deine Antworten kommen aus deiner Seele. Öffne dein Herz, um sie fühlen und empfangen zu können und öffne deinen Geist für Leichtigkeit. Es muss nicht kompliziert sein, du musst dir nicht den Kopf zerbrechen. Alles ist viel leichter, als wir denken. Wenn du aktuell eine Frage hast und nicht weiterkommst, kannst du sie jetzt stellen. Du musst aber nicht darüber nachdenken. Beobachte einfach, ob jetzt eine Frage kommt und wenn nicht, dann ist es völlig in Ordnung, wenn du keine Frage hast. Deine Seele weiß sowieso, was dich gerade beschäftigt und wo sie dir helfen kann und darf. Und egal, ob jetzt eine Frage kam oder nicht, lass es wieder los. Egal, was in deinen Kopf kam, lass es einfach wieder los. Hör auf, darüber nachzudenken, zu grübeln. Lass es wieder los aus deinem Geist. Die Antwort wird zu dir kommen, wenn du nicht darüber nachdenkst. Wie aus dem Nichts wirst du einen Impuls bekommen und du wirst wissen, du wirst spüren, dass es die Antwort auf deine Frage ist. Vertrau auf dein Gefühl, auch wenn sich der Verstand dann einschaltet und Gegenargumente findet. Hör auf das Gefühl, das du als erstes hast oder hattest. Öffne dich für deine Seele und öffne dich dafür, dass deine Anbindung zu ihr von Tag zu Tag wachsen darf und wird. Lass die Anbindung zu deiner Seele groß werden. Erkenne, wie mächtig du bist, wie liebevoll diese Macht ist, wie erhaben und wie kraftvoll du bist. Erkenne deine wahre Kraft und deine wahre Größe, indem du deine Liebe erkennst, die du bist. Habe keine Angst davor, deine wahre Schönheit zu erkennen. Habe keine Angst davor, zu erkennen, wie liebevoll ein mächtiges Wesen wie du sein kann. Wir denken zu häufig, dass machtvolle, kraftvolle Personen andere unterdrücken müssen und deswegen trauen wir uns nicht, in unsere Kraft zu kommen. Aber das stimmt nicht. Die größte Kraft und Macht ist die der Liebe und sie würde niemals sich selbst oder andere zerstören. Die Liebe baut auf. Die Liebe lässt erwachen und erwachsen. Es erwächst aus der Liebe jetzt und in Zukunft. Habe keine Angst vor deiner Liebe und dann hast du auch keine Angst vor der Liebe der anderen. Am meisten Angst haben wir häufig davor, glücklich zu sein. Wir haben Angst vor der Leichtigkeit, Angst vor der Freude und Angst vor der Liebe. Und das ist das Skurrile, weil genau das ist es, was wir uns doch wünschen. Und doch verschließen wir uns da vor, genau das in unser Leben zu ziehen, aus der Angst, aus dem Verstand, der dich limitiert und zurückhält und dir sagt, dass alles schwierig ist, anstrengend, verletzend. Öffne dich für deine Liebe und du wirst erkennen, wer du wirklich bist, in deinem Herzen, in deiner Seele. Hab keine Angst vor deiner Liebe, hab keine Angst vor deiner Seele. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir am meisten Angst davor haben, zu lieben und geliebt zu werden und deshalb verschließen wir uns und deshalb limitieren wir uns. Also hab keine Angst, dich zu öffnen und geöffnet zu bleiben, denn nur so ist die Anbindung zu dir, zu deiner Seele möglich und kann intensiviert werden und dein Leben wird sich dadurch erleichtern. Es wird liebevoller und es wird kraftvoller. Und jetzt gucke ich mal noch, was der Tee dazu zu sagen hat. Bin schon ganz gespannt. Guck ja da vorher nicht drauf. Ein Lächeln wirkt auf Schwierigkeiten wie die Sonne auf Wolken. das Lächeln deiner Seele ist ganz, ganz wichtig. Denn das Lächeln deiner Seele macht nicht nur dich glücklich, sondern auch andere. Und ich möchte ganz viele lachende Seelen in Zukunft sehen und lachende Gesichter, die aus der Seele strahlen und die wirklich glücklich sind im Herzen. und das sehen wir in den Augen. Ob die Augen auch strahlen oder ob nur der Mund lächelt oder lacht oder ob da auch in den Augen das Funkeln ist und die Freude und die Liebe deiner Seele. und auf deinem Weg auf deinem Seelenweg darf dir wie immer völlig egal sein was andere über dich oder dein Leben denken denn wichtig ist wie du dich fühlst. und auf deinem Seelenweg und auf deinem Seelenweg Untertitelung des ZDF, 2020